Heute zeige ich euch einen Apfel-Tortilla-Wrap, der total viral geht. Guck, wie ich ausflippe deswegen. Das geht so. Wasser in eine Pfanne. Stärke mit hier reingeben und das Ganze ein bisschen andicken lassen. Das Ganze jetzt erhitzen. Äpfel dazugeben. Ahornsirup reingeben. Ein paar weihnachtliche Gewürze. Ein bisschen Zimt. Wenn es angedickt ist, ein bisschen Vanille rein. Und Butter. Dann ein Wrap anschneiden. Von der Mitte bis nach außen, damit es so aussieht. Und dann belegen wir das erste Viertel. Ein Klappen. Das zweite Viertel. Ein Klappen. Und das dritte Viertel. Und ein Klappen. In die warme Pfanne. Bleibt nur noch der Taste-Test, nachdem es angetoastet wurde. Bärschalz, Meckes. 4,9 von 5. Was ist euer Lieblingswrap, denn...